Willkommen zurück bei this war of mine und ja wir sind jetzt hier am nächsten tag und die Nacht war ruhig. Emilia hat unseren achtbarn dabei geholfen ihren unterstupf zu verstärken und ist nun wohlbehabend zurück und wir haben einmal reinen alkohol bekommen glaube ich und Brunner ist schon wieder krank was sie kommen ist geht sie gut ist er wieder krank gut und die nacht ja die war ziemlich von arsch winter vorbei übrigens leute winter vorbei ist ultra geil heißt brauchen keine üffen mehr aber die nacht war nicht so geil und ich werde mir das klappt nicht schlafen ist wir haben richtigen scheißhandel gehabt aber was wir machen was sehr hungrig krank traurig er braucht dringend gute medizin ab alter ok moment kurz nachdenken was zum kochen sie kann auch kochen brauchen muss ich unbedingt ohne machen wir können herstellen gutes essen mach oh fuck ey was geht mit dem denn jetzt ab weißt du was wo du mal was gutes wenn noch acht tage dann kannst du das ding verwenden ich hoffe ich glaube das ist noch 40 tagen zu ändern oder ich mich nicht wenn sehen ich kann auch so viel passieren wir können auch noch richtig fett versagen wissen wir so anmerken das ist nicht safe dass wir hier gewinnen werden und du hast gestern schon gegessen und du kannst dich einmal medikamente also richtig fett oder medikamente es gibt mir sicher bald besser hoffen es doch ist toll wie du sagst was zum essen ja ja dann geht es schlafen und jetzt kommen eigentlich mal eine gitarre oder so ein scheiß arika ich kann eine gitarre erstellen die leute aufmuntern mit einer tür tauschen jetzt weil so schnell gemäte habe ja kommen und dann geh erstmal da hoch bitte das ruhe vertragen ist mir klar bekommst du klar jetzt war noch nicht auch verdeckt also tauschen ja ich habe letzten zwei tage war schon mal plus junge und hat sachen weggegeben unsere sachen was können wir brauchen eigentlich nichts ja gut das natürlich aber der ist was der gibt mir das verfasst nichts die verarschen es war ein riesen fehler das sollte auszugeben wir haben zucker kommen wir gehen in die handeln okay ist billiger als das andere zeug krass ja nein war natürlich reiner alkohol ist mir noch ein alkohol voll sinnvoll oder wie das mit holz aus heute ist halt recht wichtig ja irgendwas kleines noch zwei wenige für einen schuss ist auch nicht sinnvoll irgendwas kleines geben können machen wir es so kann ich rein alkohol brauchen wir eh nicht ja gut handeln wir so und tschüss das war erstmal dankeschön dass du da warst und tschau gut und dann geht erstmal ganz schön hier das hier ausgeben das bringt mehr als eine komplette mahlzeit überschreiten können dass hier nicht das hat man da eingeschüttet habe ich eher verschwendung gar nicht bedacht anfangs ehrlich gesagt wobei nicht unbedingt verschwendung aber das bringt ja viel mehr das zeug mal hier anzuschmeißen gut dann einmal hier herstellen die sind gerade aber können natürlich immer noch ein bisschen hat sind das nicht schlimm ja kommen ja kommen stelle her gitarren platzieren wir die dann eigentlich ja irgendwo hier unten und die hier drin stellen geil nice gitarre spielt doch cool oder gut also die zeiten luksus so spätestens noch bei währungen direkt drauf eingehen hier morgen alle essen jetzt eigentlich verdient was zu futtern aber erst morgen ach so müssen wir wasser holen wir hätten fakt mist wird ein bisschen mehr schnee holen sollen aber okay egal ja manche schnee mit haben wir cool gut 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 wir kommen machen mein magenknot gönn dir cool kann die gitarre spielen läuft bei der gut das geht doch gar nicht so scheiße oder hat ihr es nicht fertig gemacht warum hast du dich fertig gemacht will ich verarschen ich dachte das wäre zu früh gedrückt sorry ja in dieser folge gehen wir ins geisterhaus noch nicht gehört ein bisschen schissvoller mal gucken wir hätten gar keine rüstung hier herstellen können brauchen wir irgendwas im geisterhaus eigentlich ja nicht oder wo bin meine zigaretten haben wir schon ja tun hat er kommen wir müssen nach draußen dazu bitte mal schon mal ums wasser kümmern liegt gerade dem dran dann ist lauter moment aber nicht vergessen wir brauchen filter und stellen gerade zwei ein bisschen mehr bestandteilen wir haben können wir haben noch vier stück ja es ist recht kühl hier drin ist wärmer ja gut reist da kommen ja es wird es wird immer er ist ein bisschen traurig dann tut man zum gitarre spielen und alles prima bei dir nur ich müde baller passt schon gut da ganz schnell das hier und dann gehst du pennen und dann wenden wir den tag und dann ist alles cool so herr problem ist weiter wird das vorbei das heißt können alles natürlich überlegen gehen aber es wird wahrscheinlich mehr plünderungen geben was können wir vorstellen dass am ende noch mal recht heftig wird gut schlafen gehen und dann ist der tag vorbei huiuiui und dann vielleicht ein bisschen arika hinschicken wie geht es dir aktuell müde und bisschen hungrig egal packst du tag beenden würde ich sagen ja okay also aufschlafen geil du bist krank du schließt auf jeden fall du bist nur so hungrig wache stehen und du bist plündern also bruno wird schlafen marika plündern und emilia wache stehen perfekt wir gehen jetzt gleich daraus vorbereiten in dem mit da kann natürlich einiges drinnen sein ich habe den schluss davor das heißt definitiv ein bisschen rüstung mit oder genau eine pistole und zum schuss okay wir haben weniger platz ist klar aber erst mal gucken was da drin los ist wir haben immer noch eine pistole für zu hause zum verteidigen 10 schuss passt mehr brauchen wir erstmal nicht plündern dadurch mal ein bisschen besser verteidigt guck mal ob man auch den helm bei ihr sieht oder nicht mal gucken sieht mein lieber nicht es ist verlassen ich denke nicht dass es dort menschen gibt ja wenn wir das sehen hat ein geist daraus noch aber nicht vergessen ja warum ist jetzt den geist daraus wahrscheinlich einfach nur so ne wahrscheinlich ist hier gar nichts aber hey sorry äh was nicht schon guck passt noch gerade ein stapel perfekt bestandteile brauchen wir lassen es aber erstmal hier wir gucken uns natürlich erstmal um wir brauchen eine pressstange dann nächstes mal cool noch mal auf hier ratten ich möchte auch mal einen rattenfüller aufstellen ist irgendwas und hier sind sessel könnte sogar ein menschen sein danke warum ich mache ich auch okay kann mit nach unten gehen oben ist mir gerade wobei ich guck mal oben ich wissen was das hier ist die bank geht oder wird das gleich gemeldet sein weil wer dumm wenn er sich selbst ein bauert okay brauche ich also dringend kann ich brecheisen mehr was benutzen ich weiß gerade nicht leute ja okay wir bräuchten dietrich und brecheisen hoffentlich öfters benutzen können ja wenn wir einfach runter er wird mal kurz auch hier raus oder ach ich kann hier einfach entfernen auch cool ich kann hier doch da oben rein ob das schon wäre jetzt die welche drin gefangen oder so egal jetzt ist egal gut sieht sehr cool aus dass wir keine so da ist gut schon ein bisschen zurück mitnehmen dann gucken wir was noch ganz unten ist und ganz oben da können wir dann auch noch die bretter entfernen die brauchen auch noch weiter brauchen dietrich und sägeplatsch ok ich glaube hier ist ja alter was ok da ist ein bisschen was drin ich dachte halt nicht dass da so viel drin ist ok aber nichts geiles die sachen und brauchen hier theoretisch demnächst da kommt das wollte er nicht rein aber gut zu wissen da könnte mir gewendet drin sein da gehen wir noch oben da sind wir hier durch das heißt sägeplatt und ok und geht ja nicht hier lang naja geht gar nicht ist zu oder was egal hier sind treppen die kaputt ist okay ich verstehe oder sägeplatt und dietrich brauchen wir da war schon dran ist die tue da hoch gut 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 muss ich noch mal eingehen perfekt auf das ding warum das ding hier geistert aus heißt okay erst mal blöden dann das untersuchung ist ja irgendwas dort cool kann man nicht mitnehmen was ist hier los liebe supira gerade als ich dieses land endlich erreicht hatte und wir dachten wir wären sicher wurde es auch in den krieg gestürzt macht ihr keine sorgen es geht mir gut während ich die schreibe warte ich auf einen mann der mich mit seinen boten sicherheit schmuggeln kann dann beantrage ich als sie und sobald ich es bekomme werde ich dich hierher bringen und wir werden zusammen sein weit weg vom krieg und leiden als durch und bete für mich kofi ok ob das geklappt hat weiß natürlich nicht weil was nicht gut ist auch so viel die hatte gut dass wir durch deinem haus dietrich brauchen wir nach unten sägeplatt ja hätten nichts mehr oder kann man später dann kann man nicht sagen okay alles gut da kann man irgendwas mitnehmen oder so mal echt voll 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 ich bin so zufrieden das bleibt so ja also das wird nicht mehr nicht mitnehmen aber ich nehme es immer mit einfach nur sicherheit gut ging war ganz okay bis heute gefunden wahrscheinlich mal ausgeblendet würde mich kein bisschen wundern weil ich der winter vorbei ist mal schauen wir kommen wieder an unsere alte autowerkstatt ne ob die angriffe stärker werden die blinderung weil der aktuell klappt das immer drei moment zu verbrauchen dann geht das ganz gut aber wenn die festen sogar mehr und wir schaffen nicht wie es dir erholt sich vielleicht verletzt ach wurde wahrscheinlich mit verletzlichen angriff kann sein habe ich nicht ganz gelesen spiel hat wieder tun redor sich hier verdient etwas an dem durch es wieder läuft doch ganz gut ok kommen essen und dann muss irgendwer kochen müde dann gibt pen du bist hungrig und müde kannst du was kochen muss er sich nicht hinstellen das ist ganz gut wir brauchen nur das hier machen wir nicht wenn ihr durch glücklich oder so und den ist ein besser wer weiß erstellen muss auch mal den ofen abkühlen aber egal jetzt erstellt weil es ein effektiver wir brauchen weniger brennholz aber aktuell haben wir genug holz von daher ist das scheißegal nach kuh was alles gegessen perfekt das war das gerade können ja leicht krank dann bin ich noch ein anderes ding hier weil ich gar nichts ja ich bin echt gespannt ob wir in diesen sieben tagen hier durchkommen es sieht ja nicht schlecht aus aktuell kann ich doch auch einiges mehr machen man hätte noch viel cooler sachen machen können noch als ein platz zu können und selbstständiger hier agilen agieren können als mehr aufwerten aber man kommt ja auch so durch also alles ist nicht möglich verwenden mega lak haben können wir auch noch etwas machen jetzt eigentlich nicht nur können dürfen nicht den tag warten sie spielt ein bisschen gitarre er hat sollte mal gucken in den nachrichten was da so abgeht und viel mehr geht halt gerade echt nicht was hat wir können was erstellen das ist ganz gut macht ihr noch da kommen mal schauen ob wir werden alkohol herstellen können so ein tag einer einige abwürfe von normalitären hilfe ist kaffee erneutenden progoren verfügbar es ist zwar immer noch ein teures gut aber die preise er kann nicht mehr anhalt auf schnellerei er freut uns ankündigen zu dürfen dass hier temperaturen wärmer werden die temperaturen sollen schon in den kommenden tagen weiter steigen ich dürfte den wohnern von fargoren etwas erleichterung bringen auf jeden fall und die truppen der rebellen und der regierung liefern sich brutale gefechte in der gesamten stadt einige gebiete sind komplett abgeschnitten wenn andere schauplatz schwere gefechte sind und musik dann das da machen haben wir noch ein filter mal zwei hergestellte ich glaube nicht nur was da ist noch ein filter ja bringt irgendwas in dir spielt keine ahnung was einfach mal machen die tritt und auch bald aber brauchen die tritt und sägeplatten nichts von beiden erst mal herstellen schnell sie platt können wir erstellen die tritt um auch erstellen erstmal der platte wichtiger hoi 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 fast vergessen er vertruft dachte ich habe jetzt noch ein lager aber haben natürlich nicht man schon alles verbraucht guter zum tag beenden mal sagen dass die drei wachen die sie gemacht haben nein nicht verbessern und noch einen dietrich genau so schön da gibt es noch und dann gepennt gleich ne du schon mal schlafen warte mal falsch 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 du bist hier schlafen und du bist da da schlafen zumindest ein bisschen aufgerutscht ja die will zigaretten haben sorry habe ich gerade nicht gucken ob wir irgendwo welche finden dann kann ich oben hin auf einmal eine zigarette rauchen weiter hallo ich habe nicht gesagt dass du aufhören sollst und pengen und tag beenden hat er 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 auf flame gut also ausgeschlafen mogel hinterm rund im er hat eben ein bisschen ein problem könnt das heißt du kannst auf war Tarafen tu war gestellend und du willst drinnen Davor prointers angeschlagen und die geht's gut okay dank der plünder im geisterhaus erneut vorbereitet nehmen dass sie dort mit den dietrich und jetzt sind wahrscheinlich leute und schließt uns ab wer so mega lucky okay dann was geht es erstmal unter direkt aber ob wir das ich glaube nicht so am kurzen katz immer wieder da ok ich bin gespannt was das hier hinter ist ja ist klar dass er kaputt ist dafür mal im mittelplatz mehr also nicht wenn er einfach kaputt gehen würde und mit noch nicht komplett dass die gitter offen okay ist hier medikamente wie ich dachte jetzt ist nicht unbedingt zu handeln aber erst mal noch nicht kann ich keine medikamente vernünftig herstellen versteckt guck mal die kiste munition ist geil reicht das so eigentlich ja schon nur oben kurs dann noch so ist ansonsten keine ahnung müssen auf jeden fall noch einmal hier hingehen das muss draußen die man nachschauen erst mal durchschauen weiß ja nie gut dann auf damit und dann schauen was hier drin ist na ja und es gibt nicht funktion ist gut und das gibt es hier noch definitiv noch mal hier wir haben eine schrotze mich komplett verarschen geht die mit pistolen munition die munition für schusswaffen geht ja ja geil voll geil nice einen roten helm wir kommen noch mal hier eine zigarette bekommt sie dann auch ach guck mal wie geil ja zwei ziemlich zigaretten match die will der ericke will die ganze zeit schon zigaretten haben jetzt dazu welche das ist ja mal eine geile runde wieder gewesen hier cool 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 ja dann lassen wir zum ausgang rennen und müssen auch definitiv noch ein oder zwei mal hier mal gucken alles ist offen das heißt das ist ganz gut alter ist ja voll nice hier und wir haben eine schrotze wollte mich komplett flachsen wie geil ist das denn ey cool 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 leute freut mich ja viel sachen von das vollkommen recht alle war ruhig und leute das war es schon viel voll gewesen ich glaube ein bisschen kürzer also aber nächste folge wenn wir dann mal der kopf die schotze herstellen können und was gibt es recht gut müssen müssen essen kochen alle müssen hier ernähren was sie so haben er ist nicht mehr krank auch ziemlich geil 13 grad passt und dann wahrscheinlich noch mal da in das geisterhaus gehen und die letzten sachen damit nehmen und dann dankeschön fürs zusehen und tschüss und bis zur nächsten folge von this war auf mein